Da waren die wahrscheinlich so... Aber nur eine kleine vielleicht, ja. Also wirklich, wenn ich jetzt klein sage, meine ich diesmal aber wirklich klein. Also die andere ist ja... Ja okay, gut, die ist jetzt auch nicht so groß geworden, aber... Oh. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Boah, das ist ja mal crazy, eh. Warte mal, das machen wir. Ich weiß, wie ich das machen möchte. Ich weiß, wie ich das mache. Hallo, nein, stoppie. Ich möchte jetzt stoppie vor allem. Halt, stopp. Jetzt baue ich. So. So ist die Bahn in mich. Absolut parallel. Zum Park. Gibt's hier nicht so einen normalen Looping einfach? Hallo. Ich möchte einfach einen normalen Looping haben. Und jetzt... Nee, in die andere Richtung. Ja genau, jetzt direkt so ein Ding hinterher bannern. Also, hier. So. 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 So, jawoll! Dann geben wir direkt nochmal Gas. So, jawoll! 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 Okay, wow! So, jawoll! cool! Oh Mann! Willst du mich veräppeln? Aber das geht oder was? Na ja, gut, machen wir es so. Hm. Wenn ich jetzt natürlich so ein Ding noch irgendwie hinbekommen würde, ne? Boah, das ist ja so crazy. Okay, aber ich sehe das Problem. Hm. Hm. Das ist natürlich, äh, interessant. Kann ich das hier bauen? Halt! Stopp! Polizei! Ich hab da auch jetzt erstmal hier... Oh, Leute! Was ist denn los jetzt hier mit mir auf einmal? Ich wollte ja auch das hier nehmen, ja? Das Problem ist halt, dass ich so verdammt verknotet bin jetzt hier inzwischen, ne? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! So. Oh Mann! So. 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 мной bin ich grad nicht. Der Loop ist doof, weil der in die falsche Richtung zeigt. Der geht auch nicht. Der hier würde gehen. Sofern er das natürlich jetzt schafft. Den Anschluss direkt in den Ping. Der könnte sogar größer sein, glaube ich, ja? Oh ja, so ist gut. Das ist die kleinste Rolle von dem. Das ist mich verraschend. Der kann ich hier nicht bringen. Das ist zu groß. Hm, finde ich gut, aber... Ist halt auch eine Achterbahn mit relativ... Also ist halt so das Gegenstück zu der anderen halt, ne? So ein bisschen. Eigentlich würde ich jetzt gerne auch zum Ende kommen. Jetzt habe ich dir gerade nochmal so viel Schwung gegeben hier, ne? Ja, ist egal. Wir machen einfach... WTF? Achso, wegen den... Geht das in die andere Richtung? Geht das in die andere Richtung? Weil da nimmt die nämlich extrem wenig Platz weg, wenn ich das hinbekomme, so ich das möchte. Ich wollte jetzt aber eigentlich... Was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin voll wieder aus dem Konzept. Ich bring mich mal selber raus. Ich bring mich mal selber raus. Ähm... Ach ja, genau. Ich wollte so einen... Äh... Nein. Ja. Genau so einen brauche ich. Hm. Hm. Sehr selten, dass ich meine gerade platziere, Tatsache. Aber ich möchte, dass er da möglichst langsam schon ist, Tatsache eigentlich. Oh ja, perfekt. Oh ja, perfekt. So, jetzt Zielgeschwindigkeit. Ah, hier ist jetzt ein bisschen... Hallo? Ich wollte da nicht bauen. Jetzt... Da will man einmal wechseln und dann klappt es auch wieder nicht. Ja, so hässlich möchte ich es jetzt nicht haben. Es ist echt unglaublich, wie hässlich der PC Sachen zusammenbauen möchte, ne? Oh, ich bin doch voll schräg. Das ist natürlich auch... Auch nicht gerade schön, ja? So, hier nochmal bremsen hin. Dass der Zug hier schön... Langsam wird. Eben sind wir hinten mitgefahren. Jetzt fahren wir vorne mit. Okay, der Start ist einfach... Wir mag dich schon mal sehr. Schauen wir mal was anderes. Deswegen bin ich nicht hinter Pulsstart, sondern so... Wow, das Loch ist grüßlich. So ein Start durch Reibräder. So ein Start durch Reibräder. So ein Start durch Reibräder. So... So... Das ist jetzt gar nicht besucht hier auf der Banda. Da muss ich auch grüß. Und die ist sehr rund, das mag ich auch. Das Ende ist nicht zu langsam, das Ende ist nicht zu schnell. Die Werte sind auch genial. Ich würde sagen, dieser Park hat seine zweite Achterbahn bekommen. Wir speichern erstmal ab. Allerdings wird diese hier auf jeden Fall erstmal noch zu bleiben. Weil hier ist ja noch gar nichts. Also ich möchte die Leute mit der Achterbahn ja in diesen Bereich locken, aber da ist ja auch noch überhaupt gar nichts. Und dementsprechend brauche ich auch Leute nicht daher locken. Wie sehen denn unsere Finanzen jetzt bezüglich der Läden eigentlich aus? Irgendwie nicht so gut. Nur 1000 ist ja jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend. Haben wir denn noch Forschung oder so am... Ja, haben wir auch noch. Okay, gut, das ist gut. Ja, kennen wir schon. Ich möchte mal wieder ein neues Fahrgeschäft haben hier. So eins, was wir noch nicht kennen. Ja, kennen wir auch schon. Aber wir können halt auch nichts mehr zu essen erforschen. Finde ich irgendwie ein bisschen... Ah ja, ein bisschen schade finde ich schon, aber... Naja, ist ja wurscht. Wenn euch übrigens Namen für die Achterbahn in den Sinn kommen... Ähm... Immer gerne her damit. Ja, jetzt muss ich euch beide leider auch zumachen. Ja, hier ist halt natürlich auch nichts im Park, ne? Da geht man halt nur vorbei und dann war's das. Aber ich sag mal, ich seh's nicht ein, hier Minusgeschäft zu betreiben mit den Läden, ne? Das muss nicht sein und das wird nicht sein. Ähm... So, hier ist auf jeden Fall der Weg. Von der Weisheit und Läden. Da geht's um den Schlag. Da geht's um den Schlag. That geht's um den Schlag, wann we sleicht oder wie hoch das Wasser sein. So, dabei ist ein Schlag. So, dann kommen wir schon mal. So, dann können wir es so weiter zurück. Daschmal kann man gewinnen. Und dann kann ich es jetzt hier nicht so weiter. Das ist ein bisschen. So, das ist das mal?